So, meine lieben Freunde, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar sollen wir Lautsprecher holen. Und eventuell holen wir uns hier mal die Bildchen, wenn es hier welche geben sollte, was ich auch irgendwie bezweifle. Da kotzt einer aus Nervosität. Na, schau mal trotzdem mal nach. Ammo, Ammo, keine Bilder. Ja, ja, machen wir, machen wir. Und hier kann man sehen, wenn ich jetzt kuh drecke, das ist die spezielle Idee von Stewie. Der kann viel schneller schießen. Und ja, wahrscheinlich macht er auch mehr Schaden, dass es betrunken sein, irgendwie. Der kleine Stewie betrunken. Ah, da wo Craigmeyer am Fenster sitzt. Na, du kleine Ratte, ist schon wieder tot. Oh yeah. So, schießt ihr noch mal einer. Ammo, 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 Ammo. Ah, das Ding ist offen. Da war ein Bildchen, habe ich gerade gesehen. Aua, Aua, Aua. Geh weg, böser du. So, die pennen alle schon wieder. Interessant, wie schnell die aufwachen. Okay, sie sind tot, okay? Wir werden sie nicht wieder sehen. Überall Headshots verpassen. Ich finde Raygan genial. Ich habe dahin doch gerade was gesehen, oder? Hey. Ein Sack voll Money. Keine Ahnung, dieses Game ist so buggy. Das hat mich schon wieder rausgehauen. Aber glücklicherweise hat es nicht gelöscht. Oder hat es sich nicht beendet, nicht gelöscht. Aua. Auch zu schießen, du Böser. Da bricht er von der anderen Seite durch, statt die Tür zu nehmen. Warum nicht? Hoffen wir aber, dass es sich allzu oft vorkommt. Dann die Lautsprecher haben wir bestimmt noch ein Foto, das war klar. Wir klauen heute eine Menge Sachen. Auf jeden Fall. Let's help them. Na dann, helfen wir ihnen mal. Besiege die bedrohlichen Studenten. Also bisher habe ich etliche Bugs gesehen hier. Oh. Glücklicherweise hat er immer in dem Inventar eine Pausefunktion. Ja, ich kann auch... Ich kann auch was werfen, Arsch. Komm mal rein durch. Aua. Der hat mir ein Bier ins Gesicht geschmissen. Mitten in die Windel rein. So, wir brauchen noch eine Munition. Die liegt ja glücklicherweise überall rum. Zielen. Au. Ja, die tut weh. Kaum noch Munition. Aber er hat auch kaum noch Leben. Und da kommen noch kleine neue Studentis. Einfach mal überall lang hier. Tschu. Padam. Noch eine. Na dann kommt man ja hier. Oh, dann ist doch einer. Auf Mega-Range gesnipet, den Typen. Das war's mal. Da brauchen wir nur neue Munition. Aber hier liegt kaum was rum. Ah, das finden wir schon. Dann gehen wir mal zurück zum Mord. Zum Mord. Eventuell hat der was Schickes für uns. Oh nein, wir müssen hier die Lautsprecher hinbringen. Anschließend der Lautsprecher. Yeah, Party. Lichterketten. Sound. Frauen. Keine Luftballons. Also doch schon Luftballons, aber ohne Motive drauf. Freut euch jetzt sehr. Spreng mit Mord, wenn du genug gefeiert hast. Da ist er. Hab genug gefeiert. Für mich war's Party genug, die Viecher alle umzunieten. Ah, Brian ist so süß. Hundi. Hier geht's. Und danke euch so viel. Jetzt habe ich die ganze Nacht, um den Sex, den ich wahrscheinlich ausfüllen werde. Hey, kein Problem. Danke, dass du das Remotest schaffst. Oh, Freunde. Ich habe fast vergessen. Einige der anderen Nerds haben ein neues Programm auf dem Remotest. Ah, cool. Ach, der Sack schon wieder, der Typ. Bri. Wir haben aber nicht alle Fotos gefunden. Eine Frage der Bildung. Wie die freigeschaltet. Verdienst Geld. Abschlüsse. Volltreffer. Ja, toll. Leider nicht die Dings. Erneut versuchen. Ich will eigentlich. Ich weiß ja nicht mehr. Erneut versuchen, was dann passiert. Egal. Setz dir das Spiel fort. Und meine Rucksackleudern zu zünden, drücke Maus 2, nachdem du sie geworfen hast. Okay, gut. Der Remotest funktioniert. Bertram war definitiv hier. Hey, habt ihr noch etwas brauchen? Nein. Okay, tschüss. Okay, Stewie, wo sind wir? According to the Multiverse Remot in this universe, sind die Öl-Supplies verabschiedet. The only people who were able to sustain themselves were the Amish, because they weren't reliant on technology. What would Bertram want with the Amish? Brian, tsch, Bertram's still here. Gentlemen, your people are known for making goods that are built to last. What I need from you is a weapon, the likes of which no one has ever seen. I'm afraid we cannot help you, unattractive infant. You see, the Amish are not a violent people. Well, I have something here that might change your mind. Zauberbohnen. Cool. The elders have spoken, mostly of wood hats and beards. But nevertheless, we shall build your weapon. Terrific! Oh, one more thing. These two might try to stop you. If you see them, I want you to shoot to kill. Of all the stunning pictures I've taken over the years, that's the one he gives them. Brian, we're taking all of those down. It is settled. We have a deal. Stewie Griffin, prepare to be destroyed. All right. Oh, der arme Stewie. Drücke zum Beitreten. Und ich frage mich immer noch, wie man hier speichern kann. Das ist echt ätzend. Leider gibt es ja, es gibt ja weder hier eine Funktion, hier sicher eine Mission. Mission ist das mal? Eine Frage der Bildung, okay. Ja, vielleicht macht er es irgendwann mal aufs Stream, wer weiß. Gut, dann werden wir erst mal das ganze Geld vor hier aufsammeln. Hoppla, runtergefallen. Hm, toll, junger Stewie. So, wir mal Brian mit. Vielleicht hat er ja längere Beine. Äh. Jetzt kann man mit der Pistole rumschießen. Ja, ist natürlich ärgerlich, dass wir das da hinten verpasst haben. Was macht der hier eigentlich? Ach, der besäuft sich auch. Der wird sauer. Seht nur, jetzt könnt ihr eure Gegner ganz nahe sehen. So nahe, dass ihr ihren Hauttyp bestimmen könnt. Ein Sniper. Okay, jetzt gehören wir diese Dicken. Crap, sie posten diese Bildung von uns all over the place. Und diese Bildung ist so nicht, was ich sehe. Wir müssen sie stoppen, bevor jemand sie sieht. Okay, jetzt erinnert, was dieser kleine orange-hafte Brat sagte. Diese Leute haben eine Wehpon, so ihr müsst euch finden sie. Okay, das war dumm. Komm, Stewie, sie wissen, wir sind hier. Mit einer Armbrust schießen, die wies niedlich. Theoretisch könnte man ja versuchen, das Nest runterzuschießen. Oh. Oh, hier unten schießt auch einer. Da. Daneben, wie kann ich daneben schießen? Machen wir die Dinger auch noch kaputt. Sniper OP. So, haben wir ja noch einen. Sieht alles ruhig aus. Gut, komm, die... Und was, du willst euch die Hühnchen schießen? Ich hab hier vorhin irgendwo ein Hühnchen gesehen. Aber ob man auf die schießen soll? Okay, die bringen nichts. Da ist auch noch Munition. Okay, sollen wir nicht... Ja, er hat seine Waffe verloren. Warum hat er seine Waffe verloren? Finde ich aber nicht cool. Sammle, Töte... Ach so, Töte Alina, doch. Nächste. Wusste ich doch. Will er die essen? Nein, du Idiot. Oh. Oh Gott. Er ist geplatzt. Und das eben kommen... Blätter raus. Tja. Okay, das hilft hier gar nichts. Okay, jetzt hat's funktioniert. Nach sechs Screenshots. Money. Money. So, da haben wir noch eins. Ach wohl. Hier haben wir nur noch die Sniper auf Brian. So, dieser Teil... Irgendjemand hat jetzt hier ein Telefon an. Diese Nummer ist tatsächlich nicht erreichbar. Dü, 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 düt. Und wir sollen auch Hühner töten. Ah, Pferdeäpfel. Eklig. Und wo kommen wir da hin? Eigentlich will ich das ungern jetzt testen. Ich will gerne Hühner töten. Ich kann schon wissen, dass dieses Ort soooookt. Um das Ladenportal zu betreten. Cool. Kostüme. Brian singt und schwingt. Geniale Kostüme. So, und Stewie. Stewie singt und schwingt. Im SWAT-Kostüm. Achso, das kann man mal allen noch... Die ganzen Dinger freischalten. Waffen, Raketenwerfer. Schließt unbehindert ab. Hühner im Weltraum. Und so weiter. Eine kleine Strahlenkanone. Aufladen für Zielsuchsspaß. Und Brian kriegt gar keine, oder wie? Na, kaufen wir uns die mal. Eine kleine Strahlenkanone. Ein paar Gegenstände, ne? Ein Brechwurzel-Extrakt-Riesenhuhn. Na, das können wir benutzen. Dann geht so ein Huhn auf die Gegner los. Kaboom-Bär, such deinen Freunden zu explodieren. Officer Joe Swanson ist vor Ort. Pop-Pop macht Ruppert. Okay, ansonsten ist ja nicht Attribute. Okay, kann man sogar noch was verbessern. Cool. Ähm. Wir haben was Stewie. Die gesamte Munition. Ach komm, das kann man eben auch machen. Achso, das ist für beide gleich, ja? Cool. Das ist ja wunderbar. Ja, das ist auch noch mit. Und da ist ja noch mal noch. Haben wir relativ viel aufgebessert. So, kann er nachladen? Ne, anscheinend nicht. Ich muss trotzdem Hühner abschließen. Ich sehe aber kein einziges Huhn hier. Nicht ein einziges sehe ich hier. Ist hier die ganze Zeit mit Tauben. Okay. Ne, die Pferde möchte ich jetzt nicht töten. Das wäre ja unfair. Wäre ja böse. Okay, könnte man... Obwohl. Sind nicht mal tötbar. Ich habe da gerade den Gegner gehört. Aua. Das kann ich aber auch. Du böser, du. Gut, dann laufen wir weiter. Ah. Das Ding, was ich mir fast gekauft hätte, vielleicht. Oh, der war knapp. Der war mega knapp. Oh, der war mega. Der hat sich gut versteckt. Oder der hat sich gut gerollt. Noch einer. Ah, ich liebe Snipen. Das ist so genial. So ein tolles Gefühl. Gut. Da ist ich... Ich habe Hühner gehört. Da sind sie. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz eine Pause. Die 15 Minuten sind kleiner wieder rum. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Family Guy. Back to the Multiverse. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.